ja super leute ganz geil sagt nämlich sagt bisher kein schwein irgendein beschissene wilden war für diesen spiel zu diesem spiel aufgenommen weil es nämlich so unbekannt ist das kann jetzt wäre oder irgendein anderer irgendwas bisher aufgenommen hätte das habe ich keine ahnung nicht weiter kommen soll jetzt kann ich nur bei der dumm rum probieren das ist besonders funktionieren ich konnte mich kommen rechts scheint es weiter zu gehen wenn ich mir das so angucke ich gucke noch mal noch mal nach überspringen so die springt ja viel zu niedrig als dass ich hier irgendwie rüberkommen würde in der theoretisch probieren dass da habe ich jetzt über das hirn probieren das ding irgendwie niedrig niedrig zu setzen auch diese die springt viel zu schlecht die kursse viel zu schlecht wenn ich das ding irgendwie nach unten platzieren könnte er war geil hat nicht geklappt war hier klar es ist mal wieder nicht klappt der scheiß hier damit wenn die plattform ist so am arsch ich wäre wenn ich hier nicht bald weiterkommen das ist ehrlich da suche ich mir ein anderes spiel das nicht so derbs mega da kommt jetzt mal an besonders nicht an das funktionieren was soll ich mir hier nehmen von den dingern das ist ausreichend wie soll das funktionieren ich komme da nicht hoch da so viel kram und dann den weg hängt dann vielleicht im sprung oder so könnte ich glaube man da hängt das ding ja da in dem den weisen der in den beteiligen trainer also die plattform hinter den in den metall dringenden drin ich könnte es aber das noch mal probieren ja guck ich bin dagegen das mit teil den mann geht das nicht hoch genug ich probiere vielleicht ist das die lösung aber theoretisch ich habe ich so diesen befunden schon mal ganz am ende erst bis dann noch mal hier das war es wieder falsch das rät ein auf so level design dass ich heute schaste gedrückt keine ahnung gerade wie ich das hinbekommen soll ich muss ja irgendwie ich müsste das ding theoretisch eigentlich hier in den bereich bekommen hier dass ich dann darauf springen kann aber das funktioniert nicht da ist der viel zu weit entfernt dafür ich habe gerade keine ahnung wie ich das hinbekommen soll ich bin echt kurz davor hier den 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 bei dem level hier mal das nicht mal weiter zu spielen weil es ehrlich keine ahnung dass das funktionieren soll ich konnte nicht hoch ich weiß nicht immer ein stück nach unten machen weil ich viel zu langsam bin dafür es bringt mir nichts wenn ich das nach unten mal die anderen blöcke dann weg sind durch das an ich krieg das ding ich lieber ich kann da nicht hoch und da hier also alles aus metall ist kann ich auch den boden die einfach mal annehmen ich musste es irgendwie in der plattform ist wahrscheinlich machen ich weiß eigentlich wie da gibt mir vergibt man es viel zu schwer und dann springt man auch gegen die ja leute ich habe bis in der halbe schon eine aufnahme voll also würde ich erinnern bis zu aufnehmen keine ahnung keine ahnung es ist doch wieder doof schon wieder ein spiel abrechnen ist eigentlich auch doof keine ahnung von von euch kann man natürlich auch keine helfen weil keiner das spiel hat und auch wahrscheinlich auch keine ahnung hat wie man hier weiter vorankommen soll könnte markus fragen nicht das viel rucklern habe vielleicht dann der mir helfen irgendwie ich probiere mal ich lasse es erst mal noch laufen guck mal vielleicht hat da einfach nicht eine ahnung wenn der meint das video geguckt wie das hier gehen soll ich habe nämlich ehrlich gesagt keine ahnung das ist das ist und dass man diese metalldinger nicht fotografieren darf das ist ein bisschen blöde aber die plattform auf einmal wieder aber die eine andere farbe hat oder was ich verstehe es nicht warum kann man eine metallwege von hier fotografieren aber die die metallwege nicht aber hier drüben wie soll das funktionieren oder warte mal nicht da ich habe den richtigen moment vielleicht wenn ich rüber springe geht ja auch nicht weil da sieht man ja den ausschnitt nicht in der zeit keine ahnung ich habe absolut keine ahnung wie das funktionieren soll dass da oben mache jetzt auch nicht das ist ja fies ey das ist echt fies dieses level und dann die wände auch noch schwerer das heißt wenn ich weiter von kommen würde ich bin für solche rätsel einfach nicht gemacht allgemein für rätsel ich bin nie ein guter schocken landern gewesen wenn ich ja erstmal hier drauf hochkomme dann wäre das ein telefon hat die verletzung ist der geist dann wäre das ja nicht nur so das problem weil dann würde ich ja da könnte ich ja den die perform hier also die ja der 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 wenn ich dann nach links schieben dass ich da hochkomme dann ja und dann dann komme ich auch nicht hoch weil dann ist die da oben liegt davon da komme ich dann da oben dran nicht drauf wir gehen dass sie noch weiter achte scheiße darum ist bestimmt teilweise ist ja das level ende oben hoch das wollte ich jetzt nicht also hier ist auf jeden fall keine will denn das nur so ein das ist mir egal damit da die 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 mühe zu machen nur für so ein scheiß foto das weiß ich nicht ist da oben weiter ist doch nicht weiter guck mal ob ich auf die plattform ist wie es hier ich sehe nicht ob es da auch noch weiter geht oder nicht das ist das problem ob es da noch ewig lang geht in dem level ist eigentlich noch der anfang hier aber ist das mies ist das mies also ich würde sagen machen wir erst mal einen cut und wir sehen uns dann entweder das nächste mal bei let's play camera of straw wenn ich hier weitermachen sollte rumquellen will ich mir jetzt nicht unbedingt wenn ich hier sowieso nicht vorankomme ansonsten werde ich das nächste mal irgendwas anderes aufnehmen gucken was keine ahnung ich weiß es nicht und vielleicht werde ich auch irgendein projekt was auf platte liegt hochladen können wir schauen ich weiß es nicht wir gucken einfach mal und ich würde sagen wie sonst das nächste mal weil jetzt das nächste mal beim nächsten video auf 18 uhr also leute auf wiedersehen auf wiedersehen